Hallo zusammen und willkommen auf dem YouTube-Kanal Warum Skeptisch Sein. Heute machen wir eine Analyse, eine kritische Analyse von den Informationen UFO existieren. Okay, so, ich werde diese Video machen als eine Konversation wie zwischen zwei Leuten. So, ja, die erste Person, ein Mann hier, sagt UFO existieren. So, er bringt diese Information und danach, die Frau hier, reagieren wird, antworten. Und sie sagt, okay, diese Information UFO existieren. Fangen wir an mit einer Begriffsanalyse. Was heißt UFO? So, UFO, wir wissen das schon, das heißt unidentifiziertes Flugobjekt. So, hier möchte ich nur eine sehr kleine Information geben, dass diese Definition, so dieses unidentifiziertes Flugobjekt ist nicht ganz klar oder es ist vielleicht nicht 100% korrekt, weil manchmal ist es nicht Objekt, das wir sehen und manchmal ist es fliegt nicht. Zum Beispiel, wenn es eine Wolken, Wolken, das ist kein Objekt. Und manchmal, wenn es Licht von einem Meteor-Phänomen, es fliegt nicht. Es ist Licht einfach. So, ja, in Frankreich, es gibt eine Gruppe, der heißt Gepan. Er ist Teil von der großen Labor, das wissenschaftliche Labor, der heißt Kness. Sie haben vorgeschlagen, das zu nennen, Panne in Französisch, so in Deutsch Ulb. Das heißt unidentifiziertes Luftfahrtphänomen und das wäre mehr korrekt. Aber auf jeden Fall in diesem Video gehe ich weiter mit UFO, so Sie verstehen genau, was ich meine. Aber, ja, erinnern Sie, dass das wäre mehr korrekt oder besser als unidentifizierte Flugobjekte. Okay, so, Begriffsanalyse, UFO, das heißt unidentifizierte Flugobjekte. Wir wollen wissen, ob unidentifizierte Flugobjekte existieren oder nicht. Und, ja, so, ich habe, wenn ich Ihnen diese Bilder, zum Beispiel, diese Foto, und ich sage, ja, wenn ich weiß nicht, was ist das, ich sage, es ist eine UFO. Es ist ein unidentifiziertes Flugobjekt. Es scheint, es ist ein Objekt. Es scheint, es fliegt und es ist unidentifiziert. So, ja, es ist eine UFO. So, am Ende, ich weiß, was es ist, weil ich habe diese Foto selbst genommen, das ist eine Zeppelin. Aber, ja, wenn ich sehe, dass so unidentifizierte Flugobjekte existieren, ich würde sagen, ja, diese Information ist korrekt. Ich nehme meine Wahrscheinlichkeitsregler und ich sage, es ist sehr wahrscheinlich wahr. Okay, kein Problem. Und dann der Mann. Der Mann sagt, nee, nee, was ich meinte war, Allianz in fliegenden Untertassen existieren. Ah, okay, so, jetzt ist es etwas anderes, das ist eine neue Information. So, ja, kommen wir zurück hier. Allianz in fliegenden Untertassen existieren. So, hier würde ich sagen, man muss vorsichtig sein, um keine Bestätigungsfehler zu machen. So, Bestätigungsfehler, das ist eine Verzerrung. Und wir haben schon gesehen, wir haben sehr viel Verzerrung in unserem Kopf. Und diese Verzerrung ist das, so Bestätigungsfehler, es ist, wenn wir denken, dass eine Information ist korrekt oder ist wahr, nur weil diese Information geht schon in die gleiche Richtung, von was wir glauben schon. So, wenn wir glauben schon über etwas und wir kriegen eine Information, die geht in die gleiche Richtung, so wir haben mehr, wir denken mehr, dass diese Information ist wahr, ist korrekt. Und, ja, mit Allianz ist es gleich. Allianz ist es gleich, weil manche von uns wollen glauben, dass Allianz existieren. Oder Allianz fliegen und auch das existieren. Wir wollen glauben, dass sie existieren. Und wir wollen glauben, weil, ja, Allianz sind cool, Allianz sind, ja, sie haben ein nettes Gesicht und sie sind, ja, relativ lustig und so weiter. Okay, sie sind nicht alles lustig, es gibt Allianz, die sind, ja, ein bisschen mehr kompliziert. Aber, auf jeden Fall, Allianz, mit Allianz, es gibt wie eine Faszination. Es gibt wie eine Faszination, wir sind fasziniert über Allianz. So, manche von uns, weil wir sind fasziniert, wir wollen glauben. Und das ist ein Bestätigungsfehler. So, ja, das war nur eine kleine Info. Aber gehen wir weiter mit der Analyse von Allianz in fliegenden Untertiteln existieren. Okay. Jetzt hier möchte ich eine Begriffsanalyse von fliegenden Untertiteln machen. Und dafür muss ich eine, ja, bessere Suche machen und in Literatur. Und ich will suchen nach Fakten. Das ist sehr wichtig. Und dafür, es gibt ein sehr gutes Werkzeug. Der heißt Ngram Viewer von Google. Und das ist sehr praktisch. Man kann, so das ist eine Webseite, man kann einfach geben, ein Wort oder mehrere Worte. Und das Website gibt uns, wie viele Mal dieses Wort war benutzt in jedem Buch, das Google hat gespeichert. Und abhängig von dem Jahr. So, ja, wenn ich schreibe hier fliegende Untertasse, der Website gibt mir diese Kurve. Und wir sehen, dass, ja, ab 1900 zum Beispiel und bis 1947, es war gar nichts in der Literatur. Es gibt kein Wort über das in den Büchern. Und ab 1947, es gibt sehr, sehr viele, oder mehr und mehr Bücher, die reden über fliegende Untertasse. So, ja, die Frage ist, was hat passiert am 1947, sodass so viele Bücher reden über das. Und ja, wenn man sucht ein bisschen, man findet, dass es hat zu tun mit diesem Mann. Kenneth Arnold war ein Flugzeugpilot und er hat in 1947, er hat gesagt, er hat im Himmel, als er geflogen war, er hat gesagt, er hat gesehen etwas im Himmel. Und in einer internationalen UFO-Kongress-Konferenz, er hat gesagt, so jemand hat ihm gefragt, so wie die Objekte flogen. Und er hat gesagt, nun, sie flogen unberechenbar wie eine Untertasse, wenn sie sie über die Wasseroberfläche springen lassen. So, das heißt, was er hat hier gesagt, ist, er hat gesehen etwas wie so. Weil hier, was er hat gesagt, er hat gesprochen über die Bewegung von das Objekt, aber nicht wie das Objekt sieht aus. So, ja, er hat gesagt, die UFO-Bewegung ist wie eine Untertasse, wenn sie sie über die Wasseroberfläche springen lassen. So, die UFO-Bewegung, nicht wie das, ja, die UFO aussehen, wie das UFO sieht aus oder das Objekt sieht aus. So, ja, aber wissen wir mindestens, wie der Objekt sieht aus, was dieser Mann gesehen hat. Und, ja, eigentlich wissen wir, weil Kenneth Arnold hat eine Zeichnung gemacht von das. Und er hat gesagt, so das ist Kenneth Arnold, er hat gesagt, ich habe das gesehen oder das. So, wir sehen, dass es gar nichts zu tun hat mit einer Untertasse oder einer fliegenden Untertasse. Es sieht mehr aus wie eine Boomerang. So, ja, was heißt das? Das heißt, das heißt, dass wenn er alles, er hat das gesagt in dieser Konferenz, die Zeitungen und diese Leute haben nur genommen fliegende Untertasse als Information. Und sie haben gesagt, ja, er hat eine fliegende Untertasse gesehen. Und Punkt, sie haben vergessen, dass, nee, er hat gesagt, er hat gesehen, ein Objekt oder etwas, er weiß nicht genau was, die bewegt wie eine fliegende Untertasse auf dem Wasser. Und nicht, dass es sieht aus wie eine fliegende Untertasse. So, das ist sehr wichtig. Weil, das heißt, dass diese Information mit fliegenden Untertasse ist wahrscheinlich falsch. Ja, wahrscheinlich falsch, weil er hat nie gesagt, dass er hat eine fliegende Untertasse gesehen. Und wenn jemand kommt und sagt, alliens sind fliegende Untertasse existieren, ich würde sagen, jetzt, dass ich weiß, diese Geschichte, nee, sorry, aber fliegende Untertasse, es ist nur, dass die Leute haben falsch verstanden, was dieser Mann, Kenneth Arnold, gesagt hat. So, das ist sehr wichtig. So, hier, ich habe meine Kursor auf Wahrscheinlichkeitsregler nicht komplett falsch, weil, ja, wenn es gibt Leben außerhalb der Erde irgendwo, warum nicht? Vielleicht, sie haben solche Dinge. Aber jetzt von der Geschichte, ich weiß, von dieser fliegende Untertasse Sache, ich denke, es ist mehr logisch zu denken, dass fliegende Untertasse auf der Erde existieren nicht. Okay, so, gehen wir weiter und der Mann sagt, nee, nee, was ich meinte war, dass alliens haben uns besucht. Und die Frau sagt, ja, was gibt es als Beweise? Und hier der Mann sagt, ja, es gibt viele Beweise. Zum Beispiel, alle diese Bilder hier. Okay, so, diese Bilder hat das auf einer Website gefunden, direkt über OVNI, so UFO in Französisch. Okay, so, machen wir eine Analyse von diesen Bildern. Erstens würde ich eine kurze Begriffsanalyse von Alliens. Was meint er mit Alliens, weil manchmal, ja, es ist nicht ganz klar für die Leute. So, ich vermute, dass er meint, intelligentes Leben außerhalb der Erde und wir sind einverstanden, alles klar. So, er sagt, das intelligentes Leben außerhalb der Erde haben uns besucht. Okay, jetzt gehe ich weiter. Gewichtung von Beweisen. Ja, weil diese Beweise, die hat mir gegeben. Das ist einfach Bilder. Und wir haben schon gesehen, dass Bilder oder Zeugnisse, Fotos sind schlechte Beweise. Das ist nicht ein guter Beweis. So, es ist nicht ein guter Grund zu denken, dass das sind Alien oder intelligentes Leben außerhalb der Erde. Und, okay, so, Gewichtung von Beweisen, schlechte Beweise. Weiter, wenn wir benutzen, Ocam Rasierer. Es ist gleich so, hier, was haben wir? Wir haben eine Frage. Alliens haben uns besucht, ist es wahr oder falsch oder machen wir eine kritische Analyse. Und zwei Erklärungen. Erste Erklärungen, wer ist Alien oder intelligentes Leben außerhalb der Erde. Oder, ja, es gibt mehrere andere. Es könnte sein, es ist ein Vogel, es könnte sein, es ist ein Flugzeug. Es könnte sein, es ist einfach ein Licht im Himmel von, ich weiß nicht. Oder es könnte sein, es ist Photoshop von, das, ja, ich denke. Und so weiter, so, am Ende, Ocam Rasierer sagt, es ist besser am Anfang zu denken, dass diese Bilder sind kein Alien, weil es gibt andere Erklärungen, die brauchen keine zusätzlichen Erklärungen oder Fragen, zusätzliche Fragen. So, ja, Ocam Rasierer sagt, das geht weg, das ist nicht ein guter Beweis und diese Beweise, ja, es ist kein Alien oder es ist wahrscheinlich kein Alien. Und danach würde ich, ja, der Popper-Kriterium benutzen, weil was sagt der Popper-Kriterium? Er sagt, dass unfähig sein, um eine kritische Analyse zu machen oder unwissenschaftlich zu sein, eine Information muss wiederlegbar sein. Und hier, das ist eigentlich nicht genau wiederlegbar, weil zum Beispiel, wenn es ein Flugzeug oder ein Vogel oder etwas so ist, was kann ich machen, wenn ich gehe dort, natürlich, das ist wahrscheinlich, schon weg, so, ich kann nicht zeigen, dass es ist falsch. Vielleicht kann ich eine, ja, Analyse machen von diesem Bild, um meine Vögel oder Flugzeug zu sehen, aber es ist so schlecht Qualität, dass ich kann nichts machen. Vielleicht mit diesen Bildern, das wäre vielleicht wiederlegbar, weil die Bilder, die sind modifiziert, so, die sind gefälscht mit Photoshop oder etwas anderes. Es gibt jetzt Software, die man kann benutzen, um zu zeigen, dass es war gefälscht oder modifiziert, so, das wäre vielleicht möglich. Aber die andere, ja, das ist nicht, ja, das ist nicht widerlegbar, so, das heißt, das ist nicht wissenschaftlich, so, das heißt, man kann nicht eine kritische Analyse machen mit das. Und fertig. So, am Ende, ja, ich denke, Allianz haben uns Besuch, diese Information ist sehr wahrscheinlich falsch. Insbesondere, ja, auf jeden Fall mit diesen Bildern, das er hat mir gezeigt. Und dann, der Mann sagt, ja, und Kornkreise? So, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was sind Kornkreise, das ist diese, ja, diese Kreis, diese Zeichnung, die man kann manchmal finden in Kreise, äh, in Kornfeld. Und, ja, viele Leute sagen, ja, das ist zu kompliziert zu machen, das ist, ja, zu, es ist gemacht in einer Nacht und es gibt Energie in diesen Dingen und so weiter. Und diese Leute sagen, ja, so natürlich, die Allianz, die Allianz haben das gemacht. Aber ich werde über Kornkreise in die nächste Video reden. Äh, so, bis dann, bleiben Sie skeptisch. Bye, bye.